Nennen Sie Überlegungen, die bei der Datenerhebung für ein Personalinformationssystem, PIS, für ein PIS zu bedenken sind. So, ich unterstelle jetzt mal, dass Sie wissen, was ein Personalinformationssystem ist und dass wir in diese Überlegungen jetzt hier einsteigen können. Also, welche Überlegungen, wenn wir so etwas aufbauen wollen, ein Personalinformationssystem, man kann es ja vom Namen her, kann man sich ja denken, was das ist, eine Datenbank mit Daten über die Mitarbeiter, sodass man vakante Stellen mit Stellensuchenden zum Beispiel abgleichen kann und solche Dinge machen kann. Ja, das ist ein Personalinformationssystem. Erster Punkt ist die Datenbeschaffung. Wie beschaffen wir uns die Daten, mit denen wir dieses Personalinformationssystem füttern? Hier müssen wir also überlegen, machen wir eine direkte Erhebung, machen wir eine indirekte Erhebung, werden wir einfach die Daten, die wir in den Personalakten haben, dort erfassen und so weiter. Der zweite Punkt, und der ist besonders wichtig, ist die Datenauswahl. Das ist die Frage, welche Daten kommen dort rein? Arbeitsplatzdaten, Schichtpläne, Arbeitszeiten, Weiterbildung, Seminarbesuche, wie ist es mit Schwerbehinderung und so weiter und so weiter. Und dieser Punkt hier, Datenauswahl, führt uns zum nächsten Punkt und der heißt Datensensibilität. Es gibt kaum ein Gebiet, das in Deutschland so als sensibel betrachtet wird, wie die Sache mit den Daten. Ja, Datensensibilität. Wir müssen natürlich auch hier immer, ich schreibe es mal in Klammern dazu, das Bundesdatenschutzgesetz beachten. Ja, vor allem hier bei dem Punkt Datensensibilität und dann natürlich Einbeziehung des Betriebsrats mit Hilfe des Betriebsrats. Und in Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat kann man zum Beispiel einen sogenannten Positiv- und einen Negativkatalog formulieren. Also Daten, die man erfassen sollte und Daten, das wäre der Positivkatalog, und Daten, die man nicht erfassen sollte. Ja, das sind alles Überlegungen zur Datenerhebung für ein Personalinformationssystem. Wollen Sie lernen ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Vielen Dank.